Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken heute wieder Among Us. Übel Bock. Haben wir jetzt, glaube ich, fünf Tage gar nicht gezockt. Ich bin Crewmate. 100% Crewmate-Win-Rates oben halten und uns einfach mal wieder als Meisterdetektiv einfach richtig runterrocken. Später noch Imposter sein, da auch noch den nächsten Win abholen und schon hat man ein fantastisches YouTube-Video. Wenn euch das gefällt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren für die geilsten Among Us-Runden. Ganz kurz, ich hab's auf der Cam gesehen, ich hab's auf der Cam gesehen. Caruso hat Veni umgebracht und ich hab's auf der Cam gesehen. Caruso, sag was? Caruso hat Veni on-Cams umgebracht und jetzt würde ich gerne von Caruso wissen, wie peinlich es dir ist, nachdem dir an derselben Stelle dasselbe passiert ist, was mir mit dir passiert ist. Caruso, sag was? Das ist super funny, weil Romatra will jetzt genau das Gleiche machen, was Vini jetzt im letzten Woche mit Romatra in der League of Legends. Ok, Fini, 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 was hast du gesehen, Fini, was hat Fini gesehen? Äh, ich bin nach unten gegangen. Okay, willst du gerade einfach mich abbrechen, weil ich dich auffliegen lasse? Wo war denn die Leiche überhaupt erst mal? Ja, bei Mülldings, in der Nähe. Bei Mülldings. Und das Licht ist halt ausgegangen, dann ist es direkt wieder an und da habe ich die Leiche auch gesehen. Ich war ein bisschen lost erst, weil nur an einer ganz bestimmten Stelle der Report-Button war. Caruso, du bist... Das war's. Ich habe dich erwischt. Selbst wenn du es irgendwie schaffst, diese Runde zu überleben, sobald das nächste Mal der Sass auf dich fällt, bist du raus. Du bist weg, Caruso, das war's. Das ist deine Poster-Runde gewesen. Also es hört sich sehr legit an, was Romatra sagt, aber hat Romatra jemand... Was heißt denn, das hört sich legit an? Hat jemand Romatra bei den Camps gesehen? Ja, ich habe Romatra gesehen. Er ist grad weggerannt und wollte halt dahin noch, wo die Leiche geht. Ey, Romatra macht genau das Gleiche, was ich letzte Woche mit ihm gemacht habe. Lass vielleicht trotzdem nicht voten und Caruso im Auge behalten oder so? Nein, wir voten jetzt. Ich würde ihn voten, ich würde Romatra schossen. Weil Caruso spielt halt auch gut und ich würde auch Veni direkt killen. Herz verrafft. Das war nochmal der beste Spieler, Caruso, glaube ich. Du siehst von... Ja, Caruso voten wir. Ich trau dem Ganzen noch nicht. Ich bin mir 99% sicher, aber kann auch ein Hammer-Play von Romatra gewesen sein. Nein, nein, nein. Der zockt den ganzen Tag. Hallo? Ich glaube, der Fallgeistmann. Ich laufe mit Romatra rum. Und er ist weg. Hoffentlich stirbt er. Ich habe so ein scheiß Messer auf dem Kopf. Die Runde wurde einfach gestartet. Ich war nur ein bisschen so am rumgucken. Da ist er wieder. Den Planeten. Ist er das? Sieht ganz anders aus mit Farbe. Das ist halt wirklich Kevin. Okay, fuck, Digga. Warum nicht einfach? Ich habe nicht mehr da ausgedreht. Warum nicht einfach, Bro? Fuck, ihr Digga. Was war das denn? Was macht ihr denn für einen Scheiß? Ach, du Scheiße. Der erste Runde, ich habe immer stehen. Nee, komm, Digga. Scheiß auf die Runde, Freunde. Was war denn mit euch? Alter, Junge. Holy shit, Mann. Mann, Digga. Komm, du bist auch immer gefahrtet, Bro. Mann, ich wollte Coms sabotieren. Hoffentlich hat mich last second unentschieden, dass ich Light sabotiere. Ich habe gedacht, ich habe Coms sabotiert. Und dann merke ich, okay, Camps sind an. Ich komme wieder nicht in die Lobby. Alter, no joke. Wir haben Geistesgereien gefahrtet, Bro. Heftig. War eine geile Runde auf jeden Fall. Scheiß, Gs, Gs. Ja, Crew, Matt. Test, kann man mich hören? Ich mag dich auch nicht. Ruhe. Zehn. Ruhe. Ich und Veni haben den Kill in Electrical gefunden. Hypersass, dass Caruso direkt stirbt, dann muss es jemand gewesen sein, der klug ist, Trimax ist disqualifiziert, Tenny ist disqualifiziert, Rewi ist disqualifiziert, Niki ist disqualifiziert, es war Rumatra. Alle sind disqualifiziert. Rewi, warum bist du dahin gelaufen? Wusstest du, dass da jemand gewendet ist? Warum ich in Electrical gegangen bin oder was? Ich hab 3 Tasks dort. Ich bin reingelaufen, ich dachte du kommst mit mir mit, aber du bist runtergelaufen. Dann bin ich hoch und die Leiche lag halt da und ich hab halt noch geschaut, ob ich das Ventum aufgehen sehe. Der Kill muss gerade passiert sein, weil ich war vorher in Cam und es ist keiner aus Mitbeeren rausgekommen. Und vom Timing her ist keine Person in Admin reingelaufen, ich kann halt was alle ausschließen, das müssen entweder Kevin oder Reeps gewesen sein. Ich? Danny und Rewi waren ganz rechts auf der Map, die waren bei O2 und bei Navigation, Miki und Rumatra waren in Admin. Also beim Reaktor waren nur wenige ich, Reepers und Kevin. Ich komm ganz am Ende, ja. Also die alleine. Danny und ich waren Weapons. Wo ist die gleiche nochmal? In Electrical. Dann muss es eigentlich wenig und Cabo oder Kevin gewesen sein. Wieso nicht Reepers jetzt? Ich bin nach oben reingelaufen, Bro. Ich hab aber in Admin. Ja, aber ich hab ihn nicht gesehen in der Kamera, als ein Admin rein ist, also euch schon. Ja, ich habe Reepers gesehen, wie er in Admin rein ist. Ja, ich weiß, aber er kam nach euch und erklärt auch das Zeitfenster, in dem ich von der Cam zu Electrical gelaufen bin. Ich kam, ich kam aber von oben, ich bin von oben gekommen. Ja, weil du halt, weil du halt Electrical rein wendest und rausgelaufen bist. Kevin, Reeps und Veni sind sus. Also ich wendete, ich wendete da rein. Ich bin mega sus, der Ding. Bei drei Leuten. Weil er jetzt da so mitredet. Ich hab Caruso mal geschrieben. Ich hab Caruso mal geschrieben. Kevin, das war der größte Furz on Earth. Du hast gerade vor uns gewendet. Kevin, du hast gerade vor uns den Reaktor gewendet. Und bist von Upper Engine wieder hoch. Kevin, den ganzen Tag im Poster. Ich hab Danny Wenden sehen. Ich hab Danny Wenden sehen. Und ich hab gesehen, dass zwei Menschen auf die gezogen werden. Auf den Targen-Button klicken und hat sich verdrückt gerade in dem Moment. Ich hab Danny Wenden sehen. Test, könnt ihr mich hören? Wieder alleine. Wieder alleine. Rewi, du bist der dümmste Crewmate auf dem ganzen Planeten. Ich wollte extra vor der Leiche warten und fragen, wer als letztes zu O2 gekommen ist. Dann hätten wir nämlich den Killer gehabt. Und jetzt haben wir wieder gar keine Info. Wieso stehst du denn davor? Ich hab es dir doch, hab ich es nicht gerade erklärt, warum ich Warte bis O2 aus ist. Damit ich frage kann, wer als letztes zu O2 gegangen ist. Und der wäre dann derjenige gewesen, der weniger umgebracht hat. Das ist ein super kluges Play. Könnte aber auch sein, dass du dann einfach jetzt gerade jemanden umgebracht hast. Du hast doch gesehen, wie ich auf der Stelle stand, oder? Du hast doch hoffentlich gesehen, wie ich da stand. Ich hab mich nicht nach links, nach rechts bewegt. Ich stand vor der Leiche. Ich stand einfach da, weil ich warten wollte. Okay. Warte, Romatra mal ganz ruhig. Da machen wir es jetzt so. Wer war denn alles bei O2? Ja genau. Na Romatra, dann spielen wir das jetzt zusammen. Hab genannt. Wer war bei O2 gerade? Wer war bei O2? Achso. Da müssen wir alle rausworten, Romatra. Was sollen wir machen? Es wird nur irgendwer bei O2 gewesen sein. Ich war nicht O2. Ich war unten. Ich war kurz vor O2. Wer hat denn einander gesehen? Wir gehen der Reihe nach. Faro, was hast du gemacht? Ich war rechts oben Navigation und bin jetzt gerade bei dem Code angeben. Micky, wen hast du gesehen? Trimax hab ich gesehen. Was? Cafeteria. Cafeteria. Er ist auf die linke Seite gerannt. Ich habe ihn fünf Sekunden vor Button Press gesehen. In welche Richtung kam Trimax? Weißt du das? Von rechts. Ich... Nein, ich kam von... Ich kam von links und bin nach Cafeteria runter und wollte ein Admiral in O2 fixen. Und ich hab Micky nicht gesehen! Du kamst also von links. Da, wo die Leiche liegt, Max. Ja, beides das. I guess. Das wär so ne typische Rumatra Runde. Abos aber auch rechts. Abos ist 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 einfach das Revi da noch dran. Hey Rumatra, ich denk dich gerade, du standst doch da. Das ist ja nicht für die Video. Bis zum nächsten Mal. Beide unos, bis zum nächsten Mal. So, hier dieser vais noch zu rubhaben. Und jetzt... You ja nicht? Dass weiß man halt ist, wši tisch. ивst effective wie eighty fünf bis später geht. appear das die Link. Ich bin�� ich. Thus schreien ab. So... Tisch gut schwierig... Ich will selber hier beim Daumen. Da halten kann nicht mehr. Tisch gut wie sültig für die tutte welche Sachen auch. Should jemandibile. ... ... ... ... ... ... Sag es, sag es, sag es, sag es, sag es, Sack es, Sack es, Sack es, Sack es, Sack es, Micky. Ist er gewendet, ist er gewendet? Max? Max? Ja? Was hast du denn da grad mit Reavers gemacht? Hast du nicht gesehen, dass die Kamera... Okay, wir haben keine Beweise, es gibt Vot, Jungs, es gibt Vot. Max, du kannst dich doch nicht so offensichtlich von gebeten lassen. Oh mein Gott, ich hab dich für ein Dich spritzt. Ich hab die Camps angesehen und hab gewartet, dass du mich störtest. Ey, die Camps hab ich noch nicht auf dem Schirm, Jungs. Oh mein Gott. Kein Problem, Kevin. Kein Problem, Kevin. Ich bin einmal im Monat Imposter und da kannst du auch einfach mal so dich verklicken und wenden. Ich hab immerhin noch Karuso und Veni getötet, das muss man erst mal hinkriegen. Nee, dein Play war gar Katastrophe, Max. Du tötest mich live, Max. Ey, Robert, hast du das auch gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen. Das war so schön, ne? Hast du das aber gesehen? Ja, ich hab's auch gesehen. Ich war in Camps. Okay, ab jetzt hab ich die Camps drauf. Oh, 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 oh. Oh nein. Ich hab, als du da so rumgetanzt bist, wusste ich, was du machen willst. Das hat mir gedacht, das macht mir richtig krass. Das war ein richtiges Waldorf-Play von den beiden Poffen. Scheiße, die Kameras. Rein, John, rein, John, rein, John. Mein Fehler.